ProPlayer Der für iPhone und iPad verfügbare ProPlayer kann im Unterschied zu Apples integriertem Videoplayer auch andere Formate als MPEG-4 abspielen. So gut wie alle üblichen Videoformate sind kompatibel, neben Standards wie AVI und MKV, etwa WMV und DV. Der Import der Videos ist im Unterschied zu Konkurrenten nur über iTunes möglich, nicht dagegen per WLAN oder Netz. Coverbilder oder Metainformationen kann das Tool nicht lesen, auch die Verwaltungsfunktionen sind mager. Konkurrenten wie Azul Player bieten etwa zusätzlich noch Download-Funktionen. Dafür sind die Funktionen als Player solide. TV-Out mit verschiedenen Auflösungen ist möglich. Man kann Untertitel nutzen und das Seitenformat ändern. Passwortschutz und Gestensteuerung werden ebenfalls geboten. Da der Player im Unterschied zu Apples Player nicht auf die Hardwarebeschleunigung zugreift, wird beim Abspielen allerdings die CPU des iPad oder iPhone stark beansprucht. Das wirkt sich deutlich auf die Akkulaufzeit aus. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!